Ratten, nur Ratten, 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 Ratten. In einer von Geld und Macht beherrschten Welt des mittelalterlichen Hameln wächst die Kluft zwischen Arm und Reich unaufhörlich. Zeitgleich breitet sich eine verheerende Rattenplage aus. Besteht hier ein Zusammenhang? Unter den wohlhabenden Herrschenden sind Bürgermeister Krühlhott und seine Frau Athela, die ihre heranwachsende Tochter Magdalena in ein schreckliches Geheimnis einweihen. Magdalena ist schockiert, aber man zwingt sie zum Schweigen. Es geht um das ewige Spiel, um Macht. Und dass die Gier nach Macht und die Machtvergrößerung Leid über viele, viele andere bringt. Hier ist es so, jedes Mal, wenn die Oberen mächtiger werden, stirbt etwas. Also ein Fluss vertrocknet, ein Baum verdorrt, ein Kind stirbt, ein Tier stirbt. Also hier ist so dieses allegorische Bild gewählt. Also Streben oder Gier nach Macht zerstört anderes Leben. Doch es gibt Hoffnung. Ein Spielmann erscheint in der Stadt und verspricht, die Ratten mit seinem Instrument, der Schalmai, zu vertreiben. Basierend auf der bekannten Sage der Rattenfänger hat Librettist Michael Ende 1993 seine spezielle Opernfassung veröffentlicht. Wilfried Hiller hat diese anschließend vertont. Entstanden ist ein allegorischer Tanz, eine Darstellung, bei der Menschen verschiedenen Standes mit dem Tod konfrontiert werden. Wir haben das Werk ausgesucht, weil wir ein Werk suchten, wo wir einen großen partizipativen Teil haben. Sprich, alle Sparten des Hauses wirken hier zusammen. Tänzer, Schauspieler, Sänger, Orchestermusiker, große Chöre. Wir haben die Kulturschaffer mit dabei, den Kinderchor. Also wir suchten ein Werk, wo alle mitmachen können, haben wir gefunden. Und es wird eine sehr eindrückliche Veranstaltung werden. Das Werk passt mit seinen Themen und Botschaften auch zu aktuellen Ereignissen und Herausforderungen in der heutigen Welt. Wir brauchen ja nicht weit zu gehen. Es ist jetzt sehr tragisch oder hat ja eine sehr, sehr traurige Nebenbemerkung, dass die Sage des Rattenfängers ursprünglich aus Bessarabien stand. Und Bessarabien ist die Süd-Ukraine. Also wir sehen eigentlich an dem Entstehungsort dieser Sage, was Macht und Machtstreben heutzutage macht. Und man könnte eigentlich fast keine bessere Parabe sehen. Seien Sie dabei, wenn der Rattenfänger am Samstag den 15. Juli Premiere am Theater Pforzheim feiert.